So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokémon GO. Und zwar habe ich einen Artikel gesehen bei MeinMMO, Künstler Design 25 süße Baby-Versionen eurer Lieblings-Pokémon. Welche wünscht ihr euch? Vielleicht verfolgen von euch einige MeinMMO, haben den Artikel auch schon gesehen. Wer es nicht gesehen hat, möchte ich das jetzt mal zeigen. Die 25 Bilder von den Baby-Pokémon, die es nicht gibt, die aber jetzt erstellt wurden. Und ihr könnt dann mal reinschreiben, welches euer Favorit wäre, welches ihr gut findet, welches nicht. Da kann man auch unten abstimmen, welches man gut findet. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ich bin jetzt ganz spontan, guckt mir die Bilder mal mit an und guckt dann mal, welches ich am besten finde. Kleine Info noch für die Leute, die die Pokestop-Showcases suchen. Das wurde ja gestern angekündigt und war wohl für alle da. Aber dann war es aber auch nicht wieder für alle da, obwohl es für alle da sein sollte, weil es nur für manche da war. Das aber nicht so gewollt war in Argentik, wollte das für alle veröffentlichen. Manche Spiele haben das aber nicht gesehen und deswegen haben sie es heute schon wieder deaktiviert, abgeschalten, damit es fair bleibt. Weil sie selber nicht wissen, wieso das nicht alle sehen können und wollen jetzt erstmal gucken, dass das dann passt. Sonst könnten einige, ja, ich hab das, ich setze mich rein und locker kriege ich dann, weil ich der einzigste bin, der da drin sitzt, kriege ich dann diese Belohnungen, diese Premium-Items, fertig, hin und her. Wer nicht weiß, was Pokémon, äh, Pokestop-Showcases überhaupt sind, guckt da halt ins Video von gestern rein. Ansonsten sehr genial Feature, wo einige sagen, das ist richtig cool, ist schon wieder deaktiviert, ist schon wieder draußen, weil es einen Fehler hatte. Und damit es fair bleibt, wird es erstmal deaktiviert, bis jeder gleichzeitig das machen kann. Es soll ja ein Wettbewerb sein, dass verschiedene Trainer ihre Pokémon da reinsetzen und dann gegeneinander antreten lassen und nicht nur einer kann eins reinsetzen, weil alle anderen das gar nicht sehen und gar nicht haben. Das wäre ja dann langweilig. So, ich gehe jetzt direkt auf die Liste hier, beziehungsweise auf die Bilder mit den Baby-Pokémon und zeige euch, das ist das erste, nämlich das Baby vom Onyx. Wie gesagt, das gibt es nicht, das ist nicht geplant. Ein Künstler hat aber einfach mal ein paar Designs, die er cool finden würde. Wenn ihr den Namen nicht seht, mache ich es auch kurz mal klein. Das wäre nämlich Peblix. Das sind halt alles dann die englischen Namen, ne? Onyx und dann Peblix. Und hier muss ich sagen, ich glaube, ich habe meinen Gewinner gefunden, weil das sieht einfach aus wie eine Kackwurst. Stellt euch mal vor, als Shiny wäre das dann braun. Und das sieht einfach aus wie Mr. Henky. Ich finde das auch cool, diese schwarzen Augen, dass das eigentlich gar keine Augen hat und nur Augenhöhlen. Und das sieht irgendwie so klein aus, als würde es gerade leiden und als wäre es, als hätte es so schwer im Leben, aber es wird mal ein großes Onyx. Und ein, finde ich jetzt schon mega genial, dieses Design, gefällt mir richtig gut. Peblix, das ist das Erste. Dann haben wir Licky Little, das Baby dann von Schlurp. Schlurp, ja, okay. Schlurp Black fand ich richtig doof. Und naja, Lickly Little, das ist vielleicht wieder was für ein Ispo. Der freut sich nämlich immer über Schlurp und die Zunge und sonst was. Sieht halt richtig aus wie ein Baby mit diesem Glatzkopf und alles so rund gelutscht und diese kleinen Marshmallow, etwas Dasein-mäßiges. Ist total süß und niedlich. Mir gefällt die Kackwurst aber besser. Vielleicht sagt ihr, Licky Little ist euer Favorit. Dann haben wir hier Reinup, das seht ihr wieder nicht ganz. Mach mal kurz so. Reinup, Reinup, wie auch immer. Das Baby also von Rihorn. Sieht trotzdem aus wie Rihorn. Nur halt wieder mit Kula-Augen, mit großen Glubsch-Augen. Etwas kleiner alles, die Beine ein bisschen kürzer etwas. Braucht das ein Baby? Ich weiß es nicht. Das ist... Das passt dazu auf jeden Fall, wenn es ein Baby hätte, dass das Baby so aussehen würde. Und es ist ein nützliches Pokémon, da ein Baby reinzubringen. Ja, mir gefällt immer noch die Kackwurst aber am besten. Rihorn-Baby hat was trotzdem. Dann haben wir Taurund. Vom Tauros das Baby. Und das finde ich persönlich bis jetzt eigentlich am hässlichsten. Ich meine, das sieht am realistischsten aus. Weil wenn du eine Kuh hast und hast das Baby da vorne und hast dann einen Kalb. Die sehen nicht schön aus. Die können nicht mal richtig stehen. Die fallen dann immer um. Die haben komische Beine. Dann guckt es hier so, als würde es schielen. Dann hat es so einen Indienpunkt auf dem Kopf. Drei Schwänze noch dazu. Alle so einfach nur so grau. Also das brauche ich definitiv nicht als Baby. Vor allem, es wäre ja dann ein regionales, was als Baby kommt. Und das ist, ah, ne. Tauros. Dass Tauros und Bisophank nicht zusammengehören. Und Bisophank die Weiterentwicklung ist von Tauros, ist jetzt ja schon ein Rätsel. Aber dass Tauros dann noch ein Baby kriegen würde. Nein, danke. So. Nessie. Labras, Baby, Nessie. Und ich erkenne einfach überhaupt keinen Unterschied. Weil Labras sieht genauso aus. Und Nessie sieht einfach auch genauso aus. Das ist, wenn du es im Spiel hast, halt dann wahrscheinlich kleiner. Während Labras so ist, ist das halt dann so. Ansonsten, Labras hat genau die gleichen Ohren, genau den gleichen Panzer, die gleichen Flossen. Also es sieht original aus wie ein Labras. Obwohl gut, der Unterschied könnte sein, beim Labras ist der Körper ein bisschen größer. Und hier ist der Körper sehr klein, aber der Kopf genauso groß. Sodass das hier einen Riesenkopf hat im Vergleich zum Körper. Aber ansonsten ist es haargenau das gleiche Design und brauche ich nicht unbedingt als Baby. Wollte. Da müsste man ja jetzt alle, alle Evoli, Evolutionen und Weiterentwicklungen durchgehen und zu denen dann noch Babys machen. Aber das wäre ja, da bräuchte ja eigentlich erstmal Evoli ein Baby. Beispiel, dass du das Baby Evoli in die einzelnen Entwicklungsstufen bringst. Und aus diesen Entwicklungsstufen beim Entwickeln du dann die richtigen kriegst. Also aus dem Blitzer-Baby, was du entwickelst, dann Blitzer hast. Da müsste aber von einem Evoli-Baby erstmal die Rede sein, um dann so zu machen. Brauche ich auch nicht unbedingt. Könnte auch, wenn man jetzt vergleicht, es könnte auch einfach Blitzer sein. Hätten sie Blitzer nicht in der ersten Generation gehabt, sondern in der weiteren, dann hätte das eh so knuffig ausgesehen, anstatt eben so zackig. Also, ja, nee. Porygon Beta. So, das Porygon Baby. Sieht halt auch wieder genauso aus wie Porygon, nur Körper bisschen kleiner, Kopf wirkt dadurch größer. Porygon Baby brauche ich auch nicht. Hat ja schon, es sind ja schon drei Sachen. Noch eins davor setzen zu viert. Ich glaube, sowas gab es noch gar nicht. Mein Favorit immer noch die Kackwurst vom Anfang. Aktül. Mach mal wieder so. Statt Aero-Aktül oder Kack, Aero-Kack-Sprühl habt ihr nur Aktül. Vielleicht, weil es auch noch gar nicht fliegen kann. Das sieht für mich sehr gespenstisch aus. Es passt als Baby, okay. Aber dieser Kopf, diese kleinen Hörnchen da drauf, dieses Rundgelutschte, diese Nase, dieses... Ich finde das hässlich. Ihr findet das total süß? Ich finde das hässlich. Das möchte ich auch nicht. Dann haben wir... Aisikuno. Statt Aisikuno, Aisikuno. Also hier das Baby dann von Arctos. Lass mal, legendäre Vögel sind legendär. Hör mal auf, jetzt in 100 Kilometer Eier da Aisikuno zu packen. Und dann brütest du das aus und dann entwickelst du das mit 500 Bonbons zum Arctos, obwohl du Arctos ja direkt aus dem Raid ziehen konntest. Brauche ich nicht. Ist gut gemeint, aber für mich eher unrealistisch. Dann haben wir natürlich noch Sparkdos. Das Zapdos Baby da dasselbe. Das drückt die Augen ein bisschen zusammen. Das sieht sogar süß. Das ist plüschig. Das ist schön. Brauchen wir aber nicht. Braucht Lavados natürlich auch noch ein Baby. Sindres. Lavados Baby. Da muss ich wirklich sagen, das Zapdos Baby gefällt mir am meisten. Guck mal hier die Flamme auf den Kopf und einfach so. Yeah, Leute. Runder Kopf. Hier, der hat wenigstens lauter Plüsch. Der hat überall Plüsch. Der hat einen runden Kopf mit einem Schlüpfer dran. Der ist einfach generell hat einen Kopf und der ist auch hier. Also, da hat Zapdos wieder mal die Nase von. Okapako. Girafarig Baby. Girafarig ist schon so eine kleine Wurst. Das ist ja wie vorhin mit Tauros auch, dass du zu einem pferdeartigen Pokémon noch ein kleines Pfohlen hast. Sieht wieder noch ein bisschen süßer aus. Das, ja, ja, brauche ich aber nicht. Nee. Onyx. Also, Peplix für mich. Herachu von Heracross. Herachu. Also, Scaraborn Baby. Das hingegen finde ich cool, weil der Käfer an sich ist ja ein Käfer. Und dass du so einen Babykäfer hast, der hier auch noch so zusammengerollt ist und wirklich wie so eine kleine Kugel hat mit diesen Glubschaugen. Ich glaube, das ist das, was neben dem Onyx Baby für mich als Baby im Spiel irgendwie eine gute Figur machen würde, mich ansprechen würde. Weil Pandimos, Pantimimi hat auch Baby. Scaraborn Baby mit Herachu. Finde ich cool. Das ist ja wie Relaxo mit Mamfaxo. Okay, passt rein. Also, so viele Babys hier sind da, die mir gar nicht gefallen vom Design her oder die ich gar nicht sehe oder gar nicht möchte. Das als Baby würde ich sogar feiern. So einen kleinen runden Käfer in der Box, der da rum macht. Gift-Chick. Also, das Geschenke, Hühnchen. Gift-Chick, das Bodogel Baby. Bodogel soll ein eigenständiges Pokémon bleiben, meiner Meinung nach. Hier, ja, hat keine Ohren. Hat ein Fell in Herzform auf der Brust, was so aussieht. Würde funktionieren, brauche ich aber wieder nicht. So, dann haben wir das Panzer-Aeron-Baby. Skratschig. Von Scratch und Chick. Ja, Hühnchen, was scratcht, weil es kratzt, weil metallisches auf einer anderen Fläche. Panzer-Aeron ist halt auch ein so ein Ding. Ist halt ein bisschen kleiner, Panzer-Aeron, als... Skratschig für mich, nee, brauche ich auch nicht. Dann haben wir Hondim, das Hunduster-Baby. Hunduster-Hundemon-Hondim. Eine kleine... Wir haben ja Wuffels. Wir haben Wuffels, da brauchen wir keinen Hundim. Wir haben ja schon einen kleinen, süßen Hund, der putzig ist. Das ist ein kleiner, süßer Unlicht-Hund. Aber für Pokémon Go, nee, brauche ich auch nicht. Der kauft das Miltank-Baby zu der Kuh. Ein Baby-Kuh-Milch-Dings, was dann nicht auf zwei Beinen steht und macht, sondern eben auf vier Beinchen da so rumhängt. Ja, würde vielleicht Sinn ergeben, aber ist nicht mein Favorit. Gemlin! Das wiederum finde ich richtig genial, das Zubiris-Baby. Guck mal, Zubiris ist so klein. Dann kannst du mega Zubiris machen. Dann kannst du noch ein Zubiris-Baby haben. Und das ist doch hier aus Lilo und Stitch, oder nicht? Wie heißt denn das Ding von Lilo und Stitch? Scratch? Ein Gemlin, was ein Kremlin sein soll. Ein Go... Na, Gemlin. Also das Zubiris-Baby vom... Aber das ist ja so geklaut eigentlich. Da gibt es bestimmt wieder Markenrechte. Wenn die das ins Spiel bringen würden, da würde Disney kommen und würde gleich den Laden zumachen. Wenn das von Disney ist. An sich aber coole Idee. Das ist halt einfach dann, den Edelstein hat er reingebeißt und dann, ah, was ist denn das? Aber Zubiris ist an sich ja schon so klein. Also das finde ich cool. So als Crossover, dass man da ein Event macht, sagt, Disney und Pokémon Go X Event, Zusammenschluss irgendwas. Dann bringen sie das rein als Baby. Aber an sich ist es ja trotzdem nicht viel anders wie Zubiris. Obwohl Zubiris sieht halt böse und eklig aus und das sieht halt klein und süß aus. Aber das ist mir zu viel an den Filmen da so angelehnt. Marvidl. Marvidl, das Flunkiefer-Baby. Hat ja so einen richtig bösen Drachenkopf da dran. Das ist jetzt hier, guckt mal, da sieht schon süß aus, der Drachenkopf, den er da hat. Was klein da rumsteht. Aber brauche ich auch nicht. Guckt niedlich. Ja, ist vielleicht Favorit von euch. Ich brauche es nicht. Ich mache weiter. Tur-Kindle. Tur-Tur-Kindle. 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 Das Kuddel-Baby. Kuddel, cooles Pokémon. Kuddel-Baby. Sieht komplett zurückgeblieben aus. Ich weiß nicht. Diese Augen so zu. Das sieht aus wie E.T. Habt ihr mal E.T. der Außerirdische gesehen? E.T. So guckt er da. Und dann sabbert er noch. Und die Zunge hängt raus. Wie als wäre er komplett... Ja, nee. Finde ich nicht schön. Möchte ich nicht. Sieht halt insgesamt auch nicht so extrem viel anders aus. Also Tur-Kindle. Nein. Zang-Teig. Das Sango-Baby. Sieht aus wie Sango. Nur ein bisschen süß. Brauche ich nicht. Wo ist das Vipitis-Baby, hä? Neben der Schlange. Einfach so ein kleines Schlänkchen. Aber wir haben ja mal die Kackwurst am Anfang. Das ist ja auch so ähnlich. So. Und zu. Das Absol-Baby. Sieht aus wie Absol. Nur ein bisschen kleiner. Niedlicher. Ne. Finde ich wieder unspektakulär. Veli-Bi. Das Perlu-Baby. Oh mein Gott. Hör auf. Perlu. Mein Hass-Pokémon. Ich hasse Perlu. Wirklich. Auch. Mit unter anderem. Und dass jetzt in dieser Perle eine Perle sitzt. Die einfach verniedlicht aussieht. Irgendwann hört es auch auf. Also Veli-Bi. Nein. Wir brauchen kein Perlu-Baby. Hä? Baby? Das ist der ganze Name, ja? 425 ist einfach. Baby. Das Drift-Lon-Baby. Das. Von dem Ballon? Ist doch der gleiche Ballon, oder nicht? Der halt nur zwei Herzzipfel hat. Und wie sieht denn jetzt Drift-Lon an sich nochmal aus? Finde ich unspektakulär. Finde ich komisch. Zu dem großen Ballon. Kleiner Ballon. Reicht. Mini-Ballon. Ne. Braucht man nicht. Das ist das vorletzte Bild. Ein Bild kommt noch. Und zwar. Hedge-Ling. Von Hedgehog. Also Igel. Ein Hedge-Ling. Ein Hedge-Ling. Das Shamin-Baby. Aber Shamin an sich. Wenn du nicht diese Zenit-Form hast, sondern die Land-Form. Oder was anderes. Also nicht dieses Reh. Sondern den Igel. Dann hast du ja schon den Igel. Und der ist ja auch schon so klein und süß. Da brauche ich nicht von einem kleinen süßen Igel noch eine verniedlichte Süß-Form. Da reicht mir der Igel, wie der Igel ist. Und das heißt, mein Favorit steht fest. Und der ist und bleibt Peplix. Dieses schwarzäugige, eigentlich keinäugige, nur Augenränder, kleine Kackwurst-Ding, was da ist. Weil Onyx an sich ist ja schon ein groß und mächtig. Und das dazu als Baby hat mich total. Irgendwie hat es auch was von Raupi. Jetzt gehen wir mal hier auf diese Seite zurück nochmal. Weil da ist ja hier diese Umfrage auch. Und ich drücke jetzt auch einfach mal, welches Pokémon ich am besten finde. Ich drücke mal auf Onyx. Stimm mal ab. So, und dann sehen wir. Oh. Auf letzten Platz ist Panzer Aeron. Panzer Aeron, Perlu, Porygon, Driftlon, Zopiris, Blitzer, Bodogil, Girafarikodl, Flunkiefer, Zapdos, Miltank, Sengu, Scaraborn, Rihon, Onyx. Hier ist mein Onyx. Ist gar nicht so weit unten. Guck. Das ist alles unterm Onyx. Dann kommt Schlurp, Absol, Labados, Aerodactyl, Arctos, Shamin, Labras, Tauros, Hunduster ist auf Platz 1 mit 115 Stimmen. Wenn ihr auch abstimmen wollt, was euer Favorit ist, ich packe den Link von der Seite in dieser Abstimmung mal in die Beschreibung unter diesem Video. Dann stimmt da ab. Mein Onyx steht fest. Was war euer Favorit? Stimmt mal ab und schreibt mir mal euren Liebling unten rein. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Peplix.